Und was ich gerne mal sehen würde, ich würde gerne mal sehen, wenn wir beide in einem Club wären und du würdest jetzt ein Girl ansprechen, wie das passieren würde, Digga, ich würde es so gerne sehen, Digga, ich würde dafür 10.000 Euro zahlen, auf der Stelle, wirklich, oh Gott, ich würde es instant machen, Digga, wenn es davon einen Video-Clip geben würde, ich würde den painen, das wäre so worth, oh mein Gott. Ich muss kurz überlegen, okay, 10.000 Euro oder meine aktuell sehr gut laufende Beziehung? Ja, gib mir nochmal ein paar Tage. Ja, Kevin, wann gehen wir denn in den Club? Bro, ich würde so gerne, du warst noch nie, meintest du, ne? Ich werde definitiv auch nie in meinem Leben in den Club gehen. Ich glaube, du würdest es enjoyen, doch. Weil ich meine, wir haben ja auch mal, wir haben ja auch mal zu, was war das, Jumpstyle? Geschaffelt? Warst du Jumpstyle, geschaffelt zusammen, Digga? Bis heute bin ich mir immer noch nicht so sicher, ob du verstanden hast, dass das halt nicht ernst war. Nein, natürlich war es nicht ernst, aber es war so, es ist so ein witziger Moment, weil ich habe das damals schon nicht gecheckt, dass das gerade passiert, das hat sich Unreal angefühlt, dass ich so bei dir war und wir zusammen im Wohnzimmer auf Jumpstyle geschaffelt haben. Bro, aber es war geil, es war einfach lustig, ich habe einfach gesagt, mag. Es war überwitzig, Digga. Digga, wir haben wirklich einfach, es war unser erstes Treffen, wir haben so viel einfach nur gelacht. Es war, ja, oh mein, Bro, das war so krass, ich fand's so funny, Digga. Es hätte auch reintrittisch sein können, dass wir uns halt überhaupt nicht verstehen, dass wir uns einfach richtig scheißen, aber es war so, es war richtig Kopfaus, es hat einfach so direkt gefunkt. Digga, am besten war einfach, Digga, sorry, dass hier so unaufgeräumt ist, Bruder, und dann wirklich die ganze, dieses ganze, dieses Brett geht ja wirklich von links bis zum rechts durch den ganzen Raum und Digga, da war einfach nur so, ah, da war einfach nur so ein, so ein, so ein Untersetzer für so ein, für so ein Getränk, Digga. Bro, der sagt, sorry, dass es so unaufgeräumt ist. Es war wirklich nicht aufgeräumt, die Couch und so, da war, da lag voll viel Stuff rum. Digga, es war so aufgeräumt, da wirklich, ich hab, also, mein Gott, die letzten drei Jahre, mein Spielzimmer, war nicht einmal so aufgeräumt. Hey, Kevin, du warst lange nicht mehr hier, lange nicht mehr hier. Ja, ey, ich würd sagen, du warst auch lange nicht hier, aber actually warst du noch nie hier. Ich glaube, ich werde nie zu dir gehen. Wann joke, wann joke, wann joke. Ich meine, wir werden uns dieses Jahr definitiv, denke ich, einmal sehen, oder? Na, ist schon ziemlich viel gerade los. Bro, lass uns vielleicht gucken, wie wir es halt vielleicht. Lass uns auch immer noch im Jahrzehnt gucken. Hundertprozentig, hundertprozentig. Jahrzehnt, Digga.